Ah, hallo meine Freunde des deutschen Schlagers. Hier ist Piotrek von Piotrek und Miguel. Ihr kennt uns doch sehr wohl. Und das ist Viktor, ey alter Schwede. Viktor spielt Akkordeon von Russland und St. Petersburg. Das ist Viktor, meine Freunde. Wir sind hier in der Musikhausschule Hannover und haben jetzt einen Auftritt. Scheiße, hab ich das erste Mal gemacht. Problem, wenn ich schwer spielen kann. Problem. Guck auf, viele Piotrek-Ukresse. Ja, Viktor, auf geht's. Auf, viele Piotrek. Noch nicht. Wir haben zusammen, wenn du das geschaut, als du näher zu mir rücktest auf der Couch. Auf der Bühne tanzte ein kleiner Wicht, doch was dort passierte, interessierte mich nicht. Der Piotrek-Glitzender Anzug ist nicht gegen das Glitzer deiner Augen. Deine blonden Haare sind vollerer Seine. So wunderschön, ich kann es kaum glauben. Liebe ist wie ein Tropensturm. Ich bin nämlich wie ein Regenbord wegen dir. Liebe kann auch ganz traurig sein. Mein Herz schlägt schneller als ein Opel-Pferd und auch schneller als ein BMW. Dein schlägt nichts mehr für mich allein. Und mein Gott, es tut so weh. Ole, ole. Mein Herz ist durchbohrt von deinem Schmerz. Ich vermiss die Abende mit dir am See. Dein Foto nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und mein Gott, ich schrei wie ein Reh. Liebe ist wie ein Tropensturm. Ich fühle mich wie ein Regenwurm wegen dir. Liebe kann auch ganz traurig sein. Enteiltig und gemein wegen dir. Ah, danke, danke, meine Freunde, das war ein schöner Auftritt. Danke, danke, Philipp, Jotrick, Miguel, scheiße drauf. Du bist mein Bra-Alter. Macht's gut, Freunde, wir sehen uns im Internet oder bei einer unserer Gärten-Live-Shows. Tschüss!